Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. Ja, ich habe mich mal schlau gemacht. Ja, weil ich musste echt gerade nicht... Was ich machen sollte? Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Das, was ich schon mal hier gemacht habe, war eigentlich schon ganz richtig. Nur habe ich es auf der falschen Seite gemacht. Und ich muss irgendwie auf die andere Seite hangeln, bis ganz nach hinten. Schon eine große Strecke, finde ich. Also, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass der Alarm dann nicht losgeht. Wo ich auf der anderen Seite das ja gemacht habe in der letzten Folge, dann ging ja auf einmal los. Und jetzt hier komischerweise nicht. Ja. Von diesen Geräuschen erschrecke ich mich immer so. Mensch. So, bin ich jetzt mal fast da. Okay, okay. Oh mein Gott, yes. Oh mein Gott, ja. Gott sei Dank. Leute, sehr gut. Ähm, ja, was mache ich? Ich speichere einfach nochmal hier. Und, ach, sagt los. Ein Geheimnis, oder was? Ja. Komm ich von da aus hin? Ja. Und der Alarm geht immer noch nicht los. Sehr gut. Das sieht aus, als ob der so schwebt, ne? Ja, perfekt. So. Auf die andere Seite. Okay. Okay. Oh mein Gott, Leute. Waffen, auch wenn es nur die Pistolen sind, aber ich kann mich verteidigen, wird... Könnt mich mal, ey. Ihr könnt mich mal kreuzweise, ey. Ist auch echt blöd, ne? Die ganzen Munitionen, die ich eingesammelt habe, in den ganzen Leveln, sind futsch. Ey, ist die Frage, was ich betätigen muss, ne? Ja, genau. Kommt der Nächste? Oh, wow. Kann der bitte noch ein bisschen da bleiben? Ich möchte erst die Sachen hier einsammeln. Aha. Das ist fies. Oh Gott. Aha. Das ist ein Medi-Pack. Ah, die rote Karte. Dann. Was bringt mir das hier? Okay. Ob das so eine gute Idee ist? Okay, jetzt sind alle Türen auf. Uff, äh, ja. Sorry, Leute, aber ich muss nochmal speichern, weil... Ich habe Angst, dass das nicht so richtig ist, was ich gemacht habe. So, jetzt sammle ich erst mal ganze Sachen ein. Ja, schön hier Kaffee getrunken und Poker gespielt. Und Lara haben sie einfach eingesperrt. Äh, ja. Ja, richtig fies. Ah. Hallo. Kannst du bitte... Dankeschön. Da ist die Frage. Ich glaube... Ja, komm. Ich habe gerade überlegt, soll ich lieber wieder erst nach oben gehen, aber... So, was bringt mir das jetzt, dass die Türen auf sind? Oh, die sind echt die einzigen, ne? Die hier gefangen sind. Aha. Äh, ja. Ach ja, hätte ja sein können. Oh, Leute. Das ist echt mega laut, ne? Okay. Hier ist anscheinend nichts. Schade. Schade, schade. So. Ähm, ja. Auch nichts. Oh, Mann. Wieso tun die da nichts rein? Ist doch blöd. Okay, hier ist auch nichts. Ach, Mann. Ja, okay. Muss ich schon ein Medi-Pack nehmen? Ja, komm. Ich nehme eins. Dann gucke ich mal oben in den Kabinen um, ob da vielleicht noch was liegt. Was ich mich ja frage, es waren doch vorhin viel mehr Leute, oder nicht? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Okay, das wollte ich nicht. Okay, das wollte ich nicht. So, wo gucke ich zuerst? Ja, komm. Ich glaube, das war mal... Ich glaube, das war mal... Witz! Ich spreche ja trotzdem noch mal. Ich spreche gerade im Moment so viel. Aber das ist mir viel sicherer. Es wäre natürlich schön, wenn auch andere Waffen da wären. Aber... So liegt hier immer schönes Matten. Ich habe die aber leider nicht. Bisschen kritisch, nee. Okay, hier ist auch nichts. Okay. So, wo muss ich jetzt... Ah, hier. Stimmt, ich habe ja die rote Karte. Oh, Leute, ist das schön mal... Ist das schön mal nichts am Alarm zu hören, ne? Boah. Ich wollte gerade speichern, aber ich habe doch eben gerade gespeichert. Eben gerade gespeichert, wow. Das kommt mir da auch sehr... Oh. Aha. Das kommt mir auch sehr bekannt vor hier. Ähm. Ach, du Scheiße. Oh, das ist viel zu laut, Mann. Ich muss jedes Mal darauf drücken, damit, äh... Damit die Lautstärke wieder runter geht, ey. So, schön gucken. Äh. Aha, hat der einfach mit meinem Gewehr auf mich geschossen. Ja, krass. Ey, speicher nochmal. Das ist mir alles hier so... Okay, das ist eine Tür. Da nicht. So, ich muss aus dem Gefängnis. Das ist die Frage, wie? Sorry, Leute. Ich habe so eine komische Art, mich zu erschrecken. Ist ja keine Ahnung. Ist einfach so. Aha. Voll krank, aber naja. So. Fall dabei, ich glaube, ich gehe rechts. Ich finde dann auch hier noch ein paar andere Waffen. Achso, ich komme da gar nicht hin. Ah, von hier aus, oder? Jo. Okay, was bringt mir das? Außer, dass ich auf dem Bett bin. Oh. Komm schon. Ah, Mann. Jo. Okay, heiß. Ich sehe mich jetzt bei den Betten überall um. Kostet zwar ein bisschen Zeit, aber... Ich meine, ich kann jedes Item gebrauchen. Okay, da ist ein Schalter. Äh, ja. Obwohl, bevor ich den betätige, möchte ich gerne wissen, was noch hier so oben ist. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Die Magnum sind da. Äh, die Magnum oder Automatik. Ich meine die Magnum. Ich gucke jetzt... Ne, Automatik haben das. Jo, Automatikpistolen. Ja, geh runter. So. So. So, so, so. Ob das ein Timer dann ist? Ich hoffe mal nicht. So. Okay. Die Tür ist auf. Dann... Möchte ich noch mal kurz hier hin. Gucke ich mal bei dem Raum nochmal, ob da was liegt. Ähm... Ja... Ja, nee. Ah, da liegt aber was. Kann ich nicht von hier aus da hinspringen. Ja, so wollte ich das natürlich nicht machen, aber... Was war denn das für... Oh mein Gott, die Harpooner. Wie cool. Heißt, wir werden noch irgendwo... ...im Wasser sein, oder was? Aha. Ich hoffe mal nicht. Ich bin kein Fan von Unterwasser-Leveln so ganz. Okay, erstens ist die Musik wieder zu laut, und zweitens speichere ich jetzt nochmal. Oh, ich habe keinen Fallen Speicherplatz mehr. Ja... 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 Nein, nicht Exit. Speichere ich einfach mal hier. Ja, gut. Pulsum. Ich muss aus dem Gefängnis entkommen. Ich mich erschrocken. Das hört sich mal so an, als ob jemand da sowas fallen lässt, ne? So ein Schraubenschlüssel oder so, keine Ahnung. Oh, okay. Alles klar. Eins, zwei. Okay, zwei, aber... Ja, keine Ahnung. Werden 100 pro mehr sein. Das Ding ist, hier ist jetzt so ein Alarm, wenn ich da langgehe. Oder auch nicht. Könnte ich die Fenster zerschießen und da lang, oder was? Ah, ich glaube, das wird mir gar nichts bringen, oder? Das wird mir, glaube ich, nichts bringen. Ach, es ist doch bloß, ich muss... Oh, nö, ich will kein Schieberätsel machen. Naja, da komme ich auch gar nicht rein. Da komme ich auch gar nicht rein. Zack, muss ich muss da unten hin. Oh, Leute, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, ne? Sieht chaotisch hier immer. Ich würde gerne zum Flugzeug. Also komme ich... Ah. Ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser. Ich muss ins Wasser. Ich bin von hier schon irgendwie... Ne, 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 ne. Äh, was war das denn gerade? Okay, unter Wassertür, da ist ein Hebel. Ob ich das möchte, weiß ich nicht. Okay. Kann ich denn... Ich komme hier irgendwie nicht hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Fenster zerschießen kann, irgendwie. Oder? Oder kann ich die zerschießen? Ich weiß es gerade nicht. Ich speicher einfach mal. Und dann lade ich nochmal einen anderen Speicherstand. Und dann gucke ich mal, ob ich das zerschießen kann. Wenn nicht, dann... Ja. Dann ist das halt so. Ich finde es wieder mega laut. Dann gucke ich da mal. Ach, kann ich sogar. Ich weiß jetzt zwar nicht, was da unten ist, aber... Keine Ahnung, ich gucke mich erst mal hier unten, äh, hier unten, genau hier unten, hier oben, um. Uff, naja. Okay, alles klar. Es kann natürlich sein, dass ich... Äh, da komme ich never ever hin, äh. Es kann natürlich sein, dass ich doch zuerst ins Wasser muss, weil das sieht so weit aus. Das sieht echt so weit aus. Ja, nee, das ist viel zu weit. Ich glaube, da muss ich doch zuerst nach unten. Ah. Bevor ich da runtergehe, äh, puh, wo speichere ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich save einfach mal hier. Und dann hängt sie erst mal fest. So was liebe ich, ja. Ich gucke dann erst mal, ob da unten was ist. Okay. Okay. Nee. Uff, der macht mich mit der Harpune fertig, ja? Okay, war das jetzt so klug, dass ich, äh, hier lang gegangen bin? Weil da war noch ein anderer Weg. Da werde ich vermutlich nicht raufkommen. Ach, da ist ein Hebel. Ah. Ja, ist klar. Ey. Warum? Ha. Ah, jetzt möchte ich das nochmal machen. Diesmal nicht festgehangen. Perfekt. Ach so, das war einfach nur so. Nein, 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 nein. Okay. Ich musste also unten lang. Ach man, das war fies. Das war echt fies. Den, 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 den. So. Ja. Äh. Dieser Sog, ne? Von dem Ventilator. Ich glaube, ich lasse den einfach. Ich glaube, ich lasse den einfach. So, dann speichere ich mal. Aber, bevor ich das mache, äh, genau, bevor ich was mache, keine Ahne, bevor ich da einschwimme, oder hochschwimme, oder hochschwimme, zu den Tüten. Nicht mit mir. Ah. Aha. Aha. Wow. Ah, cool. 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 Ja. Das ist klar. Hä? Wie ist denn der hier hingekommen? Wie ist der bitte da hingekommen? Das finde ich aber nicht nett. Ne, 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 ne. Ja gut Leute, ich würde sagen, das war es jetzt für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.